Bei GZSZ sorgt ein bedrohlicher Vorfall dafür, dass John im Mauerwerk in arge Bedrängnis gerät. Es gibt nicht nur Rollen wie die von Joachim Gerner, Wolfgang Barrow oder Katrin Flemming, Ulrike Frank, ohne die GZSZ undenkbar wäre, sondern auch Drehorte. In den vergangenen Jahren sind einige Kulissen gekommen und gegangen. Eine Institution ist aber das Mauerwerk, das mittlerweile von John, Felix von Jascharov, geleitet wird. Und ausgerechnet dem könnte nun das ausdrohen. Nur wenige Kiezbewohner sind gerade gut auf Carlos, Patrick Fernandes, zu sprechen, ist er doch der Grund dafür, dass sich Paul, Niklas Osterloh, von Alicia, Josefeng Bressel, getrennt hat. Was die Beteiligten nicht ahnen, Carlos hat nur behauptet, dass er mit Alicia geschlafen hat, um das Paar auseinanderzubringen. Wann die Wahrheit ans Licht kommt, bleibt abzuwarten. Bis dahin ist Carlos bei Pauls Freunden Erik und John in Ungnade gefallen. Deshalb akzeptieren sie auch nur zähneknirschend, dass sich Carlos im Mauerwerk herumtreibt. Wenig später muss John seinen Gegenspieler aber aus einer gefährlichen Situation befreien. Als Carlos völlig betrunken aus dem Mauerwerk spazieren will, bringt John ihn sich nach Hause, wo der Unternehmer zusammenbricht und danach sofort ins Krankenhaus gebracht werden muss. Jessica kann John dort Entwarnung geben, Carlos wird wieder gesund, allerdings hätte er beinahe einen Herzstillstand erlitten. Das Mauerwerk in Gefahr, und auch der Grund für Carlos' Notfall schockiert John. Ihm wurden K.O. Tropfen verabreicht. Zunächst kann John nicht glauben, dass das im Mauerwerk passiert sein soll, doch als eine weitere Frau sich meldet und berichtet, dass sie nach einem Abend im Mauerwerk wegen K.O. Tropfen zusammengebrochen sei, ist der Fall klar. Das Ganze muss im Mauerwerk passiert sein. Sowohl Carlos als auch die unbekannte Frau haben Anzeige erstattet, die Polizei wird wohl ermitteln. John ist alarmiert, könnte doch der gute Ruf des Clubs unter der Geschichte leiden. Ich kenne Läden, die wegen so einer scheiße Pleite gegangen sind, erklärt er seinen Kollegen. Steht das Mauerwerk damit kurz vor dem Aus?